Phyrexia All Will Be One, da kommen wir auch schon direkt zum nächsten Thema. Wir haben natürlich ganz eine Menge Spoiler bekommen, die nicht mechanikengesteuert sind oder mit Planeswalkern zu tun haben, das haben wir eben schon besprochen. Was sind denn so Spoiler, auf die du auf jeden Fall eingehen möchtest? Staff of Completion. Oh, wow. Oh mein Gott. Ist der gut? Ich weiß es. Ich finde es, für mich persönlich ist das einfach nur ein, ich liebe es. Weil es gab damals in Mirrodin den Staff of Domination. Okay. Und das hier ist der Staff of Completion. Und der Staff of Domination war fünf Mana, hatte, ich glaube, fünf Effekte. Der erste war ein Mana-Tab, der nächste war zwei Mana-Tab, der nächste war drei Mana-Tab, vier Mana-Tab und für fünf Mana konnte man den enttappen. Das heißt, wir haben hier einfach den Stab of Domination jetzt als Completion. Und ich liebe es. Die Karte selber mit, du zerstörst ein Permanentes, was du kontrollierst, ist vielleicht ganz nett für irgendeinen Stack-Outlet-Deck, so Raktos-Sacken oder so. Du kriegst Tappen für einen Mana für zwei Leben. Ah, Tappen, drei Leben bezahlen, Polyphorate, kann ganz nett sein. Vier Leben und eine Karte ziehen, das ist mir meistens nicht so wert. Und den Etappen ist auch nicht so krass. Aber allein diese History für mich dahinter, also für mich, ihr merkt schon wieder, ich werd hier schon wieder ganz nostalgisch. Nostalgisch kann wieder raus. Weil, ah, es ist so ein cooles Set, wenn es darum geht, dass es Mirodel ist. Ich liebe Mirodel. Ja, total. Das muss ich auch sagen, da freu ich mich auch sehr drauf. Und das sieht man ja auch in so ein paar Reprints, die wir bekommen haben. Phyrexian Obliterator ist das Große, was schon vorher gepreviewt wurde. Darüber haben wir auch schon geredet. Wir haben Phyrexian Arena wurde gereprintet. Ähm, oder? Ja, wurde sie. Wurde sie mit dem geilsten Flavortext der Welt. Kommen wir gleich zu. Und natürlich super, super relevant für mein Lieblingsformat, was da Pioneer ist, Fastlands. Leute, wir haben den kompletten Cycle Fastlands. Für hier Pioneer hat er angefangen in Kaladesh, da hatten wir Spire Bluff Canal und hier Concealed Courtyard und so. Also, Künstler Courtyard, ja. Diesen Cycle an, äh, this land enters the battlefield tapped unless you control two of your lands. Quasi das Gegenstück zu den Midnight Hunt-Ländern, die quasi dann reinkommen, äh, oder dann ungetypt reinkommen, wenn du zwei oder mehr kontrollierst. Was, was glaubst du, wird das für einen Einfluss haben? Einen starken. Also, gerade sowas wie, ähm, das Razor Verge Thicket, das grün-weiße oder so. Ähm, das kann ich schon sehen. Oder auch allein das rot-grüne. Schon ganz, das kann schon, also, Fastlands sind wirklich, wirklich gut. Und es gibt ja ein paar gute Argo-Decks im Pioneer, nicht grad wenige. Ja. Und wenn die jetzt noch diese Farben erweitern können, eben auf rot-grün und so weiter auch noch, dann ist das schon ziemlich gut. Auf jeden Fall. Äh, gerade sowas wie Ataka Red, also einfach nur ein Goblin-Busch-Wacker-Deck, was super viele One-Drops hat. Das freut sich über den Copperline-Gorge, so krass. Äh, vielleicht wären Ninjas oder halt, äh, äh, nicht Ninjas, wie heißt das nochmal? Äh, Rogues. Nochmal, vielleicht kommen die nochmal in eine Auflage mit Darkslick-Shores. Äh, ich freu mich auch über Rager Verge Thicket, einfach nur, weil eben diese Farbkombination in einem Deck so's gerade nicht gibt. Und ich könnte halt sein, dass da nochmal so ein Aura-Deck um die Ecke kommt oder vielleicht wirklich so ein Death in Texas-mäßige Celestia-Value-Geschichten, weil da gibt's ja auch den, ähm, diesen, diesen, äh, Night of Autumn und so weiter, den man dann eher spielen kann und so weiter. Also, ich freu mich da einfach nur über die Möglichkeit von mehr Decks. Und ich glaube halt, die nehmen jetzt, wo der Cycle complete ist, sehr, sehr zuversichtlich in Pioneer den Platz zwei der besten Duallands im Format ein, glaub ich. Ja, ich denke auch. Alleine, weil sie halt nur minimal schlechter sind als die Shocklands. Ja, genau. Aber was gibt's denn sonst so, worüber du excited bist? Gibt's Karten, wo du sagst, boah, da hab ich richtig Sorgen in, in, in Legacy, was das angeht? Ähm, Duff und weniger. Ich muss einmal ganz kurz auf den, auf den Flavor-Text-Norm von Rixian Irina zu sprechen kommen. Weil, wir kriegen ja nicht so viel Story und wir müssen jetzt mit den Karten uns das herauskristallisieren. Und es ist so cool, wie man hier sieht, wie Vraska Jace completed, weil er ja ganz kurz abgelenkt ist. Und das ist wirklich krass cool. Ja. Ähm, Sorgen vielleicht nicht. Eine Karte, die ich sehr interessant finde, ähm, vom Prinzip her, ist, sie haben aus Fehlern der Vergangenheit gelernt. Und zwar gibt es eine Karte, in der sich Mental Misstep, die in fast allen Formaten aus der Commander gebannt ist, aus gutem Grund. Sie kostet einen Phyrixian Mana und kontert einen Zauber, der genau eins kostet. Das war damals der absolute Abfuck für alle von uns. Weil es war, man hat Mental Misstep gespielt, um die Jethasche Mental Missteps zu counteren, die wiederum seine eigenen One-Drops gecountert haben. Und es hat niemanden aufgehalten. Jetzt haben wir Minor Misstep. Und Minor Misstep ist ein für ein blaues Mana, Instant. Wir counteren Spellen mit Mana-Value von eins oder weniger. Und ich hab am Anfang gedacht so, ja gut, den wird halt keiner spielen. Und dann ist mir aufgefallen, doch, aktuell laufen in Legacy ganz viele Decks mit Red Elemental Blast, Blue Elemental Blast oder Swords, Duplowshares oder Lightning Bolt rum. Die kannst du damit alle gut targeten, ne? Und die kannst du alle damit targeten. Auch die Null-Mana-Artefakte. Wir haben ja ein paar Mana-Steine mit drin. Mox Ember oder auch die Mox Opal oder so. Das ist schon, das ist schon krass. Also, das ist schon wieder eine sehr, sehr gute Karte, die mir fast durch die Lappen gegangen wäre. Ja, ich muss auch sagen, also ich krieg das immer mit, weil viele Previews verfolge ich halt über Reddit. Und wie Reddit funktioniert, das werden ja Sachen abgewotet und downgewotet. Und je nachdem, wie hoch sie gewotet sind, desto eher tauchen sie halt bei einem auf. Und in Magic Reddit war die Karte relativ weit oben, was mich überrascht hat, weil es war kein Planeswalker, es war keine Mythic, es war kein Dual Land. Also, was will man damit? Und dann hab ich überlegt, ah, okay, ich glaub, jetzt grade machen sich alle Leute Gedanken über One-Drops und wie man dann mit dieser Karte da eben umgeht. Weil es halt, es hat keine Restriction auf Non-Creature Spells. Man könnte damit in Modern eventuellen Ragavan kontern für nur einen Mana. Also, da gibt's, glaub ich, schon Utility, gerade in diesen High-Competitive-Formaten, die halt sehr optimiert an die ganze Sache reingehen. Ich glaub, da kann die Karte schon was bringen. Aber wie du schon sagst, es ist halt eben kein Mental Misstep, was da mit phyrexianischem Mana gratis zu zahlen war. Und ich bin auch wirklich froh, dass es das nicht ist. Ja, das stimmt, das stimmt. Also, da muss man auch wirklich sagen, das war schon eine übertriebene Karte. Ich bin froh, dass es nicht ist. Wir haben aber noch eine, da würde mich mal interessieren, was du dazu sagst. Und zwar, wir haben Encroaching Mycosynth, eine vier Mana blaues Enchantment, also drei generische, ein blaues, für einen eben Artefakt mit dem Titel oder mit dem Text. Non-Land Permanents you control are artifacts in addition to the other types. The same is true for permanent spells you control and non-Land Permanent cards you own that aren't on the battlefield. Da kommt ja so ein bisschen dieses, wie heißt es, Mycosynth's Lettuce-Thema mit auf. Glaubst du, dass das einen ähnlichen Einfluss haben? Oder glaubst du, diese Artefakt-Betitlung hat da einen großen Unterschied? Oder glaubst du, es ist jetzt einfach nur eine Referenz an die Karte und das war's? Ich glaube, es ist eine Referenz an die Karte. Alleine deshalb, weil der Mycosynth ist halt eine Gegend auf Myodin, der halt ganz cool ist, der sich halt jetzt ausbreitet. Aber es macht halt nicht viel Non-Land Permanents, heißt nicht so viele. Ich weiß nicht, warum man seine Kreaturen noch zusätzlich Artefakte machen sollte, wenn sie nicht schon Artefakte sind. Das Einzige, was ich vorstellen kann, ist, dass das vielleicht ganz cool ist in den Brothers War Commander Decks, in dem Blau-Weißen, wo du ja mit Artefakt-Kreaturen spielen kannst, dass du halt noch ein paar mehr Artefakt-Kreaturen hast. Ansonsten, schwierig, was es natürlich macht, und das ist ganz cool, es macht alle Karten auch außerhalb vom Spiel, also im Exile zum Beispiel. Oder You Own könnte auch Sideboard sein. Und naja, da gibt es immer noch so einen Kahn. Und er holt dann halt alles. Ja, absolut. Das ist halt was ... Ja, ich hab ja so ein bisschen gewettet, dass jetzt mit Brothers War Kahn gebannt wird. Es wurde noch nicht gebannt. Vielleicht ist jetzt dieses ... Ich glaub, am 23. haben sie angekündigt. Am 23. kommt ein Bann. Zumindest haben sie da angekündigt, dass sie noch mal in die Formaten gucken. Uh, das wird natürlich spannend. Da bin ich gespannt, ob da vielleicht dabei ist. Aber um fair zu sein, er ist zumindest grad in Pioneer nicht broken. Leider. Aber mich nervt er trotzdem. Eine allerletzte Karte, auf die ich noch kurz eingehen möchte, ist eine Sideboard-Karte, vielleicht auch für ältere Formate, die gar nicht so schlecht ist. Und zwar Melira, The Living Cure. Eine 2-Mana, ein grünes, ein ... Ich wollt grad blau sagen, aber es ist weiß. Ähm, für eine 3-3-Legendary-Creature-Human-Scout. Mit dem Text, If you would get one or more Poison-Counters, instead you get one Poison-Counter and you can't get additional Poison-Counters this turn. Und dann exile this creature. Choose another target creature or artifact. When it's put into the graveyard this turn, return that card to the battlefield under its owner's control. Äh, warum find ich das exciting? Äh, wir haben schon drüber gesprochen mit Poison-Counter. Es gibt Infect-Decks in Modern. Und das wird doch ziemlich gut um diesen Turn-2, Turn-3-Kill von Infect drumherum kommen, oder? Wenn man den hat. Ich glaub, es ist cooler, wenn man die Original-Melira spielt. Macht die auch was mit Schutz vor Poison? Die Original-Melira sagt, äh, man kann keine Poison-Counter bekommen. Ah ja, okay. Und das ist halt hier eine kleine Version davon, die einfach Toxic auf Toxic 1 reduziert, was nicht schlecht ist. Und, äh, auch noch dieses Exilen von ihr ist ganz, ganz nett. Sie ist halt ein 203-3er, was sie sehr stark macht, meiner Meinung nach. Ähm, aber ansonsten ist sie halt tatsächlich nicht so gut als Protection wie die andere. Es gibt ja auch generell jetzt mittlerweile jetzt drei Karten gegen Poison-Counter. Ähm, das eine ist Leeches. Das sind, äh, Blutegel. Ähm, aus Arabian Nights, glaub ich. Ähm, dann haben wir halt Melira. Und noch mal Melira. Und ich weiß nicht, da, da würd ich dann, glaub ich, am allerersten noch die normale Melira spielen. Aber wie, wie teuer ist die Melira? Zwei Mal eine, ein Farbloses, äh, nein, Gliedes. Ja gut, mir war das nicht bewusst, dass es D-Wop gibt, deswegen dachte ich, ah, irgendwie klingt das ziemlich krass. Ist auch nicht Pioneer-legal. Ja, okay. Deswegen, deswegen, ich kenn nur Pioneer-legale Karten. Ähm, natürlich nichts anderes. Genau, aber jetzt, wo wir, ähm, wo wir über ein paar Previews gesprochen haben, wie ist dein Eindruck vom Set? Freust du dich da drauf oder glaubst du, da gehen sie einen Weg, der irgendwie komisch ist? Ich find's cool, weil sie ganz, ganz viele verschiedene Sachen machen. Wir haben noch gar nicht, noch nicht mal ansatzweise alles, über alles geredet. Wir haben noch nicht über die Ossification geredet. Wir haben noch nicht über Spheres geredet, was ein neuer Land-Typ ist. Ähm, wir haben so viele Sachen noch gar nicht angesprochen, die wirklich, wirklich cool sind. Und sie schaffen es aber, dass es nicht so, so, hier ist ne Karte, hier ist ne Karte, hier ist ne Karte, hier ist ne Karte, so weird wie bei Kaltheim wirkt. Sondern sie schaffen es, dass es overall einfach nach nem sehr bisher, bisher sehr runden Set aussieht. Und ich glaube, dass es ein sehr, sehr großer Beliebtheit erfreuen wird. Ja, ich bin da auch bei dir. Also, ich glaube, die Karten sind gut gebalanced. Da ist, glaub ich, derzeit nichts super broken dabei. Ich glaub, es ist ein adäquates Powerlevel bisher. Ich find's halt spannend, was sie mit den Planeswalkern machen und was jetzt mit Phyrexianern passiert. Ähm, und bin halt gespannt, wie so die verschiedenen Formate auf diese verschiedenen Typen reagieren. Aber wie seht ihr das mit Phyrexia all will be one? Freude euch auf das Set, freude euch auf die Karten. Ähm, um welche Karten wollt ihr denn mal ein Deck bauen? Und welche Mechanik findet ihr denn am schönsten und am tollsten? Schreibt's uns sehr gerne in die Kommentare oder ins Discord. Machete Musik . Musik 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 Smith